Hallöchen! Plank Challenge Tag 1. Wir starten in der hohen Plank. 20 Sekunden halten, 10 Sekunden Pause. Achtung! Und los geht's! Schöne gerade Linie, Pobacken fest, Bauch rein, Schultern knapp hinter dem Handgelenk. Noch 10. 4, 3, 2, 1, ausschütteln. 20 Sekunden tiefe Plank. Achtung! Und los geht's! Gut. Schön den Körper parallel zum Boden, Pobacken fest, Schulter über dem Ellenbogen, Knie gestreckt. Noch 8. 2, 1, Stop! Ausschütteln. Hohe Plank-Variante. 30 Sekunden. Knie Richtung Boden. Gleichzeitig. Und los geht's! Tief und hoch. Tief und hoch. Knie runter einatmen, Strecken ausatmen. Schön eine gerade Linie bilden. Und die letzten 10 Sekunden. Und ausschütteln. Tiefe Plank-Variante. Schieb dich nach links, nach rechts. Noch 20 Sekunden. Und die letzten 10 Sekunden. Und die letzten 10. Und Pause. Und Pause. Ausschütteln. Letzter Teil. Eine hohe, eine tiefe und dann fertig für heute. Hohe Plank. 30 Sekunden halten. Noch 15 Sekunden. Noch 15 Sekunden jetzt. Und die letzten 5, 4, 3, 2, 1, Stop! Letzte Übung. Tiefe Plank. 30 Sekunden halten und dann ist fertig für heute. Achtung. Und los geht's. 20 Sekunden noch. Ganz, ganz fest in den Bauch anspannen. Ganz viel Körperspannung aufbauen. Und die letzten 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und Stop! Tag 1 geschafft. Super! Tag 2 fast. Tag 1. Tag 2 SW zijdee.